Einen schönen guten Abend zusammen, good evening. Wir haben auf YouTube jetzt die tausend Abonnenten erknackt. Dafür vielen 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 Dank. Das Gedanke lässt sich nicht so sehr in Worte fassen, als ich es gerne tun würde. Ja, wenn irgendjemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, als ich mit YouTube angefangen habe, du wirst tausend Abonnenten erreichen. Hättest du gesagt, oh, nö, 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 machen wir mal langsam. Ja, und jetzt ist es soweit. Wir haben tausend Abonnenten seit Freitag. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich bei jedem Einzelnen, der mich in dieser Zeit bis jetzt die ganzen, die acht Jahre und fünf Monate, die ich jetzt genau YouTube betreibe, dann am 4. Januar 2014 habe ich mich bei YouTube angemeldet. Und es war, gestern war auch der vierte, der vierte Juno. Das sind genau acht Jahre und fünf Monate. Und ja, vielen Dank an jeden, der mich bis sein begleitet hat, mich unterstützt hat. Und an jedem, der ein- und ausgegangen ist. Ich habe sehr viele neue Freundschaften geschlossen, aber auch wieder einige verloren, aber die machen Bock. Ja, also es war bisher eine sehr aufregende Zeit. Spannende Zeit. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft noch so bringen wird. Auf jeden Fall werde ich mit YouTube weitermachen. Ich kann auch sagen, dass diese tausend Abonnenten erst jetzt der Startschuss sind. Denn ich habe mit YouTube ein bisschen was geplant. Ja, zunächst gibt es jetzt mit den tausend Abonnenten gibt es, wird es eine neue, neue Rubrik geben. Und zwar werde ich jetzt ab jetzt hin und wieder mal so Vlogs, Vlogs hochladen. Und so zeigen, wie so ein Alltag und so aussieht. Ja, und des Weiteren wird es auch noch, wird es auch noch ein paar Erneuerungen geben. Neue Dinge gegeben. Aber da will ich noch nichts verraten. Keine Ahnung, ob man das auch so explizit mitbekommt. Aber ich bin mal gespannt, wie das so wird. Und dann möchte ich noch was ankündigen. Morgen, am Sonntag, den 6.06.2022, werde ich um 12 Uhr mittags einen Livestream starten. Hier bei mir in Worms aus dem Waschkeller. Und wir werden, ich habe einiges zu waschen. Aber ich möchte auch nicht nur waschen, sondern ich möchte auch mit euch so ein bisschen über die Zeit reden, die ich bisher durchlebt habe. Bis zu den 1000 Abonnenten. Und ein bisschen, ja, rückblicken. Wir werden uns alte Videos und so anschauen. Eventuell kann ich da noch was dazu sagen. Zu dem ganzen Video. Und wir werden miteinander reden. Ja, ihr könnt dann in den Kommentaren, in die Kommentare schreiben, äh, können dann in die Kommentare schreiben, fragen. Und, ja, eventuell auch ein paar Vorschläge abgeben, was ich so an, in Zukunft so an Videos rausbringen könnte. Ja, es gibt ja die Waschmaschinen und dann noch meine Musik. Aber, ja, vielleicht habt ihr ja Ideen, was ich noch so machen könnte. Was ich eventuell irgendwann auch mal machen würde, so Kochvideos und so. Denn Koch und Backen ist auch etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Ich werde jetzt gleich noch, äh, werde das Ganze gleich noch auf Englisch irgendwie formulieren für die englischsprachigen Abonnenten. Und, ja, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr morgen bei dem Live, Entschuldigung, Livestream dabei sein würdet. Und mit mir ein besonderes, ja, mit dir zusammen die 1000 feiern würdet. Das würde mich sehr freuen. Könnte ich euch jetzt schon mal so ein paar Fragen überlegen, die ihr schon lange stellen wollt. Ähm, ja, in dem Sinne, habt euch wohl, bis morgen. Und, ja, bis dahin, bleibt gesund. Und, ladies and gentlemen, um, thank you very much for 1000 subscribers on YouTube, Miele Wigwasterfan. Um, 1000 subscribers, that's, yeah, pretty nice. Um, if anyone has, uh, said, uh, 8 years and 5 months ago, I will reach the 1000 subscribers. So, I think I would have said, no, 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 no. But, now, here we are, and, um, I have to say thank you. Thank you very much to all of you, um, who have, um, followed me this, uh, 8 years to the 1000. And, um, yeah, that's really, 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 really nice. And, I can say that, uh, this 1000 subscribers, this 1,000 subscribers, are now the, the start of, uh, yeah, uh, YouTube career. And, yeah, I think, um, I will do some new, uh, rubrics, especially, um, Vlogs. Um, yeah, and, tomorrow, Sunday, the 6th, June, 2022, I will start a live stream at 12 PM. Um, uh, 12, uh, 12 o'clock. And, I will have some wash, uh, 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 I will do some laundry. And, we will, looking back, um, the time of the way to the 1000 subscribers. We will watch old videos, and so on, and so on. And, um, yeah, I, um, I will, will welcome you, tomorrow. You can ask me questions, you can write in the, uh, comments. And, and, yeah, have, uh, uh, have a nice day. Have a nice evening. And, we will see us tomorrow. Bye, bye. Bye.